Die Schwierigkeit gerade Jetzt muss ich wieder heilen Das war ja lustig Zack und zack und zack und bash So jetzt aber Hä? Hä? Ich will den da Oh, das ist nur ein Düret Ah Ups, Ups Egal Was, was, bist du noch der einzige verbleibende Warte, warte Warum hast du Angst? Ich tue doch nichts Das ist alles, das würde ich dir was tun Ups, ich habe ihn umgebracht Egal, bleib liegen Was rede ich da, bleib liegen Ah, das ist ja Nette Idee Zack Und das ist jetzt weit nach oben Und jetzt speichern Scheiße Ich habe gar nicht gefilmt Ich siege deinen Gegner Steve vom zusätzlichen noch so Zack Hä, sie ist doch gar kein Gegner Hä, sie ist doch gar kein Gegner Achso, jetzt muss ich aufbashen, okay Komm Hä, achso Ups Ich wette, man musste sich das verpacken Zack Bam, bam Miliz-Saboteur Stopp von der Schiecher Oh, das tue ich Wow Ich war doch, ist doch geblieben Und trotzdem haben sie auf mich geschossen Ah, kann man hier nicht mal verhandeln Schlechte Verhandler So Fürs schlechte Verhandeln Langsam verstehe ich das Spielprinzip Aber nur langsam Ups Ups Kann passieren So Jetzt kriegen die mal aufs Maul Jetzt nehmen nur Milizen Nicht wahr Bist du nur eine unausgebildete Miliz Nicht wahr Oh Stormtrooper Das war schon Waren aber nett Große Gegner Ich habe eine Nachricht vom Flugturm abgefangen Das Imperium hat eine TIE Fighter Staffel in eurem Sektor beordert Haltet die Augen auf Bäm 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 Und weiter gehts Ich gelang jetzt zur zweiten Ebene gewerft Ups Die anzielen O Und Waren 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 Bäm Waren 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 was zum was denn cool Oh, keine Macht mehr. Okay, dann greife ich jetzt mit meinem Laser-Schwert ab Kann man da nicht auch irgendwie blocken? Boah, hast du mich angreifen? Hast du mich angegriffen? Na, warte du So Ihr könnt alle fliegen Dank mir Hä? Kann ich das nicht irgendwie aufbashen? Hallo? Ich will da rein Ne, geht nicht Okay Hallo? Du bist mein bester... Du warst mein bester Freund Mit dem Kopf durch die Wand Nein, den unteren wollte ich mal ausschalten Boah, bist du ein Boss oder was? Ne Ach, hau ab Oh oh Moment, ich speichere kurz Jetzt bin ein bisschen... Macht Upgrades Ah, okay, jetzt muss man sich alles kaufen Oh, ich kann mir nicht mehr kaufen Zack und zack und zack und zack und zack und zack und... Ja Ich habe schon wieder welche gespawnt Die spawnen ja, dass das ein bester ist Creeper in Minecraft Weil sie überall sind Meinen Creeper sind ja selten, aber Die hier, die gibt es so oft wie Sand am Meer So Yay Du kannst fliegen Okay Den nehmen wir mal mit Ach, da vorne sind welche, da kommen welche Okay Ups, ups Falsche Richtung Falsche Richtung Wo bekomme ich da her? Hä? Jetzt reicht's aber Du nervst mich Und ihr nervst mich Und du auch Aber Dich mag ich ein bisschen mehr Deswegen Lernst du nur das fliegen So, ich platze dich mal hier Viel Spaß Langer Fallbonus Cool Geht's da jetzt weiter? Moment Ne, da geht's nicht weiter Hier geht's weiter Nicht wahr Ich muss mal mehr auf die Karte schauen Ja, ich hab die doch erwischt Hallo Wo kommt denn der her? Steh auf Hallo Nein, nicht unter Beschuss Unter 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 Gelaser Schwert Ich hab mich auf die Karte Und dann Was war das? Was hast du denn? du gemacht ich will es wissen was du wirst mir die kampf okay ganz amt das war's selber schuld der quetsch bonus wie viel ist denn das spiel auf 16 oder ab 12 ich glaube eher ab 12 weiß nicht muss ich später nachschauen ich bin zwölf ihr seid wahrscheinlich auch alle 12 16 auch einige von euch oder die meisten der der ist aber nicht zwölf und er darf sich nicht schauen deswegen müssen wir ihn entfernt genau wie den da ich bin der afk man ich entfügt alle die unter 16 sind so aber für die die unter 16 sind ist mir egal ob dieses anschaut was kommt jetzt nein der hat eine mg eine hat ins wort nämlich man kann mir haben ja denn er ist am meisten wenn ich dann in der luft kleben bleiben der quetsch bonus was du lebst immer noch jetzt nicht mehr alle wie viele leben da muss ich euch erst dreimal treffen mit meinem sport wasser ort hast mich getreten jetzt bin ich sauer ich muss mir mit meiner macht und spielen mit der macht und weil er jetzt hey das ist ihr zufall dass eine sequenz kommen wenn ich heute auf play geht dann kommen wir dem entdämmungsfeld des infusions raum ist so gott das hört sich schwer an wahrscheinlich ist es auch ich speicher wieder und wer jetzt hey du lebst noch ich hab sie doch okay ist tot was für was was muckst du dich was muckst du dich alles macht er ist heftig denn es ist aber gut hier es ist aber gut leute 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 hallo leute was soll das leute leute lasst mich in ruhe leute ich sterbe gleich leute ich bin tot wegen euch leute 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 es geht so nicht man tötet keine unschuldigen menschen die einfach nur eine besichtigungstour durch durch einen todesstörer machen wollen oder was das auch ist für ein teil für ein teil ein sternzerstörer was weiß ich okay versuch nummer zwei ich habe jetzt zum glück vorgespeichert nein ihr öffnet euer feuer die schalte ich erst mal aus du nervst am meisten was zum alter ich wie dem das macht hat was zum es gibt sondern die stemmen machen sie alter alter ist gerade level 1 und ich habe schon ab 8 der schild macht so viel denn weil ich den dort berührt na dann sollt ihr ihn auch berühren aber es nur noch nicht du stirbst zuvor nein bin ich schon wieder halte es ist doch scheiße okay versuch nummer drei alle guten dinge sind drei er ist hier ich weiß dass ich hier bin hier was muss ich machen ich stehe ich stehe ich stehe ich stehe ich warte jetzt